warum hat mir niemand gesagt dass man sich bei edeka bubble tea kaufen kann excuse me guys ich habe einfach 5 euro gerade ausgegeben aber ich hoffe der ist gut dass die geschmacksrichtung apfel boba erdbeere das ding ist bei uns in der nähe gibt es kein bubble tea deswegen wenn der gut ist ne ich laufe da jeden tag zu edeka ich hab so kacke reingestochen und hol mir das also bitte nein oh mein god der ist besser oder genauso gut wie beim bubble tea laden wenn ihr das nächste mal bei edeka seid try das ist echt gar nicht mal so schlecht